So, jetzt müssen wir helfen. Wir brauchen dieses Geschenk für das Mami. Ausschwärmen. Papi, auf das fährt sie voll ab. Ich schwöre es. Nein, nein, suche etwas anderes. Papi, sie sind super für das Mami. Nein. Wieso nicht? Sonst passt sie da nicht. Das sind meine. Wie schmeckt das? Sieh es. Das? Kommt! Kann eins. Alles zum Schenken. Seinen Liebsten oder sich selbst.